650 Meter E.T.R. E.T.R., 500 PS, nein nicht E.T.R., sondern 650. Entschuldigung, jetzt habe ich einen Ohrnamm mit E.T.R., es sind auch so viele. 570 Meter Meister, 500 Meter hier, geberhaft in Porset. Beides fast professionelle Piloten. Und hier weiter, zwei Schreiber, Edwin Stucki, Brunner Stucki. Der Metarbeiter, GP1, Jogat 2000, Setze. Stucki, Brunner Stucki, Brunner Stucki. Das ist auch hier bei den Showfahnen. Alles ganz, auch Eretho Meister. Eretho Meister, nach unten oder in irgendeiner Menge. Wir warten aber noch mit dem Interview. Jetzt müssen wir wissen, wer ist der schneller, der klein oder der gross? Nein, der jung oder der alt? Es wäre doch absolut geil, wenn wir hier in den Frauenfeldern eine Rundstrecke haben dürften. Hier ist Eberhard, Kurt Eberhard. Beide Piloten, die ihr Handwerk bestens verstehen, behüren. Ein grosser Applaus. Trotzdem, dass wir im Zeitplan ein bisschen hinten drin sind. Und ich denke, wegen einer Show weg dem Sport, die wir hier auf der Halbeng zeigen können, sind sie auch hierher gekommen. ... mit seinem Jägermeister BfW. Der Bruder Stucki mit den Dodge Viper. Amerikanische Nesca-France. Ziton Trofeo. Ziton Trofeo. Musik Auch Albert Tobler gibt nochmals sein Letztes. Wir haben ihn motiviert mit dem Applaus bei diesem spontanen Interview. Ich will nicht die Leitblanken küssen, sondern ich will Spass haben, ist sein Motor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017